1, 1, 1, 1 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Lennart verteidigt von Jenkins. Noch 8 Sekunden. Wer hat den Gamewinner im Händchen? Anderson, 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 Anderson! Das war der Gamewinner von Kion Anderson. Und eben 4 Fouls. Heckmann! Ganz, ganz viel Platz für Patrick Heckmann.